Der ermordete Herzog Vatislav Auf der Stelle, wo das ehemalige Kloster Stolpe an der Pene steht, ist vor vielen Jahren, die Geschichtsschreiber streiten, ob es im Jahre 1135 oder 1136 gewesen sei, der Herzog Vatislav erschlagen worden. Dieser Herzog ließ sich die Verbreitung des christlichen Glaubens in seinem Lande sehr angelegen sein. Darum hatte er viele Feinde unter den Heiden, die ihn verfolgten und ihm nach dem Leben stellten. Zuletzt hatten sie einen Mörder gedungen, der den Herzog überfiel, als er einstmals nach einer Jagd am Wege eingeschlafen war und ihn meuchlings im Schlafe erdolchte. Der Fürst erwachte aber bei dem plötzlichen Überfalle, und obschon er die Todeswunde schon im Herzen trug, raffte er sich doch auf und fiel nun seinerseits über den Mörder her, mit solcher Gewalt, dass er ihm die Kinnbacken auseinanderriss, und so der Mörder und Gemordete zur gleicher Zeit starben. An der Stätte, wo diese sich zutrug, ließ Ratibor, des Herzogs jüngerer Bruder und Nachfolger, im Jahre 1150 oder 1153 das Kloster Stolpe erbauen, in welches er Zisterzienser oder wie andere Wollen Benediktinermönche rief. Untertitelung übernes.